Was geht? Wir haben Locker Code bekommen von 2K. 2K24, my team ist in den letzten Zügen, die Luft ist wirklich so richtig raus. Mehr dazu von mir in einem anderen Video, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf den Locker Code. Next Rookies in my team. Lass uns das Ding mal gemeinsam eingeben und gucken, was ich da rausbekomme. Eine kleine Enttäuschung direkt vorweg, Ronnie James ist nicht in dem Set drin. Für alle, die immer noch nicht wissen, wie man einen Locker Code eingibt, du musst auf die Startseite gehen und dann hier in das Community Hub und dann hast du hier unten rechts den Punkt Kabinencode eingeben und dann machst du das Ganze. Next. 1, 2, 3 Striche Rookies in my team. In my team. Okay, dann müssten wir eigentlich ein Pack bekommen und aus dem Pack bekommen wir dann einen Spieler. Ich bin sehr gespannt, wer es ist. Ich habe ehrlich gesagt aktuell so wenig Interesse an den neuen Drops, dass ich mir nicht mal angeguckt habe, welche Spieler in dem Set gut sind. Ich weiß, Edi ist ein großer Center, wurde auch wohl geupdatet, hat jetzt wohl gutes Six, aber wir gucken, wen wir bekommen und schauen uns dann an, was der Spieler drauf hat oder auch nicht. Let's go. Also es ist ein Deluxe Pack, das heißt garantiert, ich glaube, es sind alles Dark Matter Karten. Es gibt keine Karte, die darunter liegt und so genau, genau so ist es. Wir haben hier den Dark Matter und wir sind einfach gespannt. Shooting Guard. Das ist schon eher schlecht, weil Shooting Guard sind wir richtig gut aufgestellt. Shooting Guard Justin Edwards. Dann gehen wir mal, bevor wir in den Freestyle reingehen, auf 2KDB und gucken uns mal Justin Edwards auf der Seite an. Also Justin Edwards von allen, die da aufgelistet wurden auf dem letzten Platz. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu sagen hat. Wir haben 45 Call of Fame Plaketten. Wir sind hauptsächlich, ich wollte gerade sagen, wir sind hauptsächlich im Shooting, aber eigentlich sind wir ziemlich ausgeglichen. Am wenigsten haben wir noch im Finishing, aber das sind eher so die Post-Dinger. Das ist okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Man muss nicht viel geben. Was würde ich geben? Touch Passer, Box Out Beast. Und dann, ja, dann wird es schon freiwillig. Also dann ist es eigentlich schon egal. Es gibt alle Badges, die du geben kannst. Werte sehen natürlich gut aus. Wir haben 93er Dreier, wir haben guten Speed. 86 Stärke, gut, kriegst einen Schuh auf 90. Interior Defense würde ich auch verbessern. Block würde ich verbessern. Alles andere sieht ganz gut aus. Alles andere sieht wirklich ganz gut aus. Also damit kann man gut arbeiten. Er ist 6'8, 2 Meter 3 und 7' Wingspan. Wow, das ist tatsächlich ziemlich gut. Das sind Glenn Rice-Maße und ich würde sagen, Glenn Rice hat sogar eine kleinere Wingspan. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Animation. Torian Prince und Clay Thompson-Upper. Torian Prince Base hat Danny Ferry, der einen richtig geilen Wurf hat. Und Clay Thompson-Upper haben Emeka-Ock vor Thurmond. Das sind Leute, die einen geilen Wurf haben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier mit dem Spieler richtig Glück gehabt habe. Wir haben den Pro-2-Liner. Wir haben Kyrie Irving-Gribble-Style. Wir haben Steph Curry-Escape. Könnte, ist ein bisschen ein Bummer. Aber mit dem Kyrie Irving-Dribble-Style wird das schon klar gehen. Es sieht aus, als ob wir Glück gehabt hätten. Wir gucken uns den Spieler jetzt mal im Freestyle an, um dann endgültig zu entscheiden, ob wir mit ihm zufrieden sind. Okay, wir sind im Freestyle und wir wechseln jetzt dann den guten Justin Edwards. Heißt er Justin Edwards? Justin Edwards. Ey, noch nie gehört. 17 Jahre alt. Holy. Das ist krass. Ah, Steph Curry-Escape ist anscheinend kein Problem. Das heißt aber auch... Ah, der Behind-the-Back, der gefällt mir nicht so gut. Der Release. Uh, okay. Der ist natürlich jetzt nicht so schnell wie der von Glenn Rice. Aber der ist super easy zu treffen. Straight up and down. Mal gucken, wie das mit dem Lina aussieht. Das ist super einfach. Man sieht genau, wo man loslassen muss. Oh, oh, oh. Ich glaube auch mit der Größe auf Shooting Guard. Ich glaube, ich habe Glück mit dem Pull gehabt. Also ich will jetzt keine Scheiße labern. Aber ich glaube, ich bin zufrieden. Sagt mir gerne mal, was ihr gezogen habt aus diesem Pack. Und wie ihr zufrieden mit den Spielern wart. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt fast alle Spieler mittlerweile relativ gute Animationen bekommen. Deswegen will ich das hier gar nicht zu sehr an die große Glocke hängen. Aber ich will mich nicht beschweren. Der ist jetzt nicht besser als Glenn Rice. Und er ist wahrscheinlich auch nicht besser als Julius Irving. Aber das ist ein Spieler, den man auf jeden Fall bringen kann. Dann vielleicht als Small Forward Nummer 2, wenn Paul George dann mal ein Small Forward Nummer 1 ist. Wegen der Wingspan auch. Es wird gut für die Verteidigung sein, wenn der Gegner nicht mit einem zu großen Small Forward ankommt. Und ja, krass. Also ich nehme den jetzt erstmal so mit. Der wird im Line-Up landen. Und dann gucken wir mal beim nächsten Stream, wie wir uns mit ihm im Live-Gameplay schlagen können. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid. Wir sind auf dem Weg zu 2000 Abonnenten. 2K25 steht vor der Tür. Wir werden da natürlich auch am Start sein. Mal gucken, ob wir bis dahin 2000 Abos klangen können. Da die Motivation jetzt natürlich schon ziemlich gering ist, glaube ich. Eher nicht, aber mal gucken, was geht. Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.